Freunde, herzlich willkommen hier zu einer sicherlich erwartenden Mod Preview zum Mod Contest L17, nämlich Mascio Gasparado Pack. Klingt wie ein bisschen mit Oliven und Thunfisch, aber nein, nein, ist komplett ein bisschen kompliziert als wie ein Oliven-Thunfisch-Pizza. Wir haben hier drei verschiedene Hauptgeräte, Sehmaschine und ich kann euch mal versprechen, Freunde, bin ich froh, dass ich das jetzt in dem Video nicht erklären muss, weil da gibt es sicherlich bei weitem tollere Menschen, die das können, die sich da stundenlang beschäftigen, die sich da einarbeiten, feinfühlig sind, das bin ich alles nicht. Ja, folgerechtlich, kein Problem, ich mache das gerne, aber ich bin nicht Lebensmittel, ich werde mir da sicher nicht, dass da jetzt steht, Tutorial, Mascio Gasparado Erklärung, bla 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 bla, nee, 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 das machen wir nicht. Ich bin schon froh, dass ich das halbwegs richtig zusammengebaut habe. Die letzte einfache Geschichte ist, man macht, das ist ein bisschen blöd, weil das Ganze ich doppelt belegt habe, das heißt, ich habe das jetzt mit dem Game Extension Mod, aber ich glaube, ihr seht es, was ich meine. Dann muss man das, glaube ich, noch ein bisschen zusammenbauen, lösen, Rohre möchte ich nicht, Position der Rohre ändern. Puh, wie bewegt man das, reduzieren sie weg, da kann man so viele Funktionen machen, dass man glaubt, es geht gar nicht besser, aber es geht sicher irgendwie besser. Man muss sich ja da echt reinfuchsen. Das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, aber generell ist ja das nicht unbedingt verkehrt. Was sehr schön ist, ist, man kann hier, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich glaube, es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Es gibt hier nämlich, ah, schau, jetzt passt die Position. Da schau her, warte einmal. Da habe ich eine spannende Frage eigentlich. Ich habe jetzt bewusst, jetzt möchte ich das nochmal probieren, die Position ändern. Da habe ich nämlich eine Frage. Wenn ich das da jetzt hoch mache, einfach mal übertrieben hoch. Ich möchte es nur testen, es geht mir nämlich wirklich so, jetzt habe ich, höher geht nicht. Das heißt, es geht trotzdem perfekt, okay. Weil ich habe jetzt bewusst einen kleineren Traktor genommen, weil ich weiß, bei größeren gibt es durchaus Probleme mit der Höhe, weil die Kohlflügel im Weg sind. Ich muss nochmal schauen, wie es ausschaut. Schaut so geil aus, dieses Pack, das ist phänomenal. Boah, also, sowas zu machen. Und das Ding ist, das ist ja noch nicht einmal alles. Ja, das ist ja noch nicht einmal, wenn es denkt, okay, ja, drei Geräte, ein bisschen Schlag und so. Da hat man nämlich noch eine lustige Steuerung, um das Ganze fernzusteuern. War Spaß natürlich. Natürlich kann man das Ding nicht fernsteuern. Aber ich muss ganz kurz, so, ein bisschen wieder weggehen. Ähm, man kann das Ding zumindest fahren auch betragen. Im besten Fall aber einfach nur, ich weiß gar nicht, was das für einen genauen Nutzen hat. Ähm, es entwickelt sich, um einen Monitor zu steuern, alle Funktionen von AirSeeder. Diesen Computer ist einfach dann groß. Das ist wie, okay, kann ich mit dem Ding machen, he. Verstehe das nicht. Man kann ja so viel machen, ja. Man kann ja komplett durchklicken, das ist auch phänomenal. Man kann ja komplett durchklicken, wie man lustig ist zwischen den ganzen Funktionen und kann hier Dinge einstellen. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob ich das jemals im Leben kapieren würde, selbst wenn ich es probiere oder nicht. Aber man kann ja so viele Dinge machen. Man kann hier die Scheiben ändern. Hinten seht ihr das? Ob das Sinn macht? Keine Ahnung. Man kann es einfach. Man kann hier bei den Scheiben auch irgendwas noch einstellen. Man kann hier das Ding komplett, wie man möchte, konfigurieren. Persönlich glaube ich zwar, dass es sinnvoll ist, wenn man sich da auskennt. Also nicht so weh. Aber generell muss ich gestehen, dass das ein Mod ist, der das Ganze einfach nur irrsinnig... cool macht. Spannende Geschichte. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Mir ist es zu hoch. Ich meine, das ist eh völlig logisch, dass mir das zu hoch ist, ja. Aber ich kann es nicht ändern. Was mache ich da? Au, das habe ich da eingebaut. Ha! Die Dosche her! Wisst ihr, es ist ein springender Punkt. Das ist jetzt, das ist jetzt original genau, ehrlich jetzt. Da bin ich jetzt zu ein bisschen, ja. Aber es ist ein springender Punkt. Ich bin selber draufgekommen. Jetzt weiß ich schon wieder, wie urviel Leute Kommentare schreiben, weil sie dieses Video nicht bis zum Ende schauen. Aber ich bin ehrlich selber draufgekommen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass man das da einfach einbauen kann. Ja, Wahnsinn. Alter, ohne Witz jetzt, ehrlich, das ist heftig. Also, die Idee, Mod Passion, Angry Beer Modding, Wahnsinn, was ihr da gemacht habt. So etwas zu machen in dieser Detailarbeit und so weiter und so fort. Ich traue mich mit dem nicht einmal fahren, ja. Weil ich glaube, dass man da irgendwie Augen einscannen muss oder so. Aber so etwas zu entwickeln, so etwas zu bauen, so Vorlagen zu haben und so weiter und so fort. Respekt. Wirklich allergrößten Respekt vor dieser Leistung. Das ist völlig, völlig wahnsinnig. Echt. Richtig heftiges, lustiges Pack. Pack. Wahnsinn, unglaublich. Hut ab. Wirklich größten Respekt. Meine, völlig ehrlich. So etwas schaffe ich nicht einmal zum Bedienen und ihr entwickelt so etwas. Hut ab. Ich wünsche euch, ich drücke euch wirklich die Daumen. Leute, bewertet das. Bewertet das nach eurem Geschmack. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht gut bewerten kann, weil das einfach irrsinnig, irrsinnig, wahnsinnig, gewaltig ist. Also viel Spaß beim Bewerten. Alles Gute beim Mod Contest, liebe Modder. Von diesem Mod, unglaublich. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.